ich wünsche allen einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zurück zu minecraft so wir waren beim letzten mal hier stehen geblieben hatten es wieder nach hause geschafft ja wir sind wieder in unserem schnucklichen kleinen bergdörfli wo unsere schmiede steht unser lagerhaus unser häuschen unsere türmchen und unsere ganzen farmen alles voll und natürlich jetzt ganz neu auch unsere dschungelbäumchen ja wir sind also hier und haben es geschafft endlich 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 dschungelbäume nach hause zu bringen wir haben ja doch eine ganze weile dafür gebraucht sind mittlerweile setzlingen runtergefallen jetzt ein setzling verschwendet ja okay wir haben wissen ja wo es mehr gibt beziehungsweise wir wissen ja wo die herkommen was wir auf jeden fall das passt ja gar nicht stelle ich gerade fest ist ja total verschoben warum hat mir das keiner gesagt hier und hier das ist ja doof okay ja das ist dann halt so da müssen wir mal gucken dass wir das vielleicht ein bisschen ordentlicher machen auf jeden fall geht es hier per teleport zurück in den dschungel das wollen wir jetzt aber nicht machen wir wollen natürlich hier erst mal ein bisschen alles hübsch gestalten unter anderem möchte ich auch hier kakaobohnen anbauen das hat man nicht beim letzten mal noch nicht gemacht kommen wir ja mal hier so einzeln so dran klatschen so dass die da vor sich hin wachsen können so hier eine oder ein bündchen vielleicht sogar zwei so dann können dann nehme ich die kakaobohnen fröhlich vor sich hin wachsen das geht voll klar und wir können den rest in ruhe weg tun das bedeutet auch dass wir unsere endertruhe ein bisschen ausmisten können finde ich sehr gut ja hier gibt es einen ganzen kuhpool voll kühn ich weiß da können wir auch mal gucken was wir auch machen können mal die 30 level die wir haben investieren in irgendwelche tollen sachen oder wir reparieren irgendwie was unsere schaufel könnte mal wieder eine kleine reparatur gebrauchen aber alles mit ruhe und gemütlichkeit was was ich unbedingt noch machen wollte wir haben so viele orangene schafe jetzt haben wir zwei braune so ein bisschen noch die dinge genutzt und hier sind gerade zwei hasen gestorben habe ich das richtig gehört das hat sich zumindest so ein angelauscht das tatsächlich liegt ein bisschen hasen zeug rum ein bisschen ist gut ist hier noch was ja hier auch hey wieso fehlt hier ein block waren ja wieder endermännchen gleich weg so ok die hasen machen lustige geräusche wenn sie drauf gehen das auf jeden fall könnte auch noch ein paar hasen füttern so ist ja nicht kommen alle haben ja eigentlich weg jetzt habe ich jetzt habe ich möhre gefuttert wo ich eigentlich die hasen füttern wollte naja egal das sind das viele die wollen alle was fressen aber jetzt alle gefüttert ich weiß es nicht ich glaube nicht oder ist die die zahl geht immer noch runter es gibt immer noch mehr hasen zu füttern so jetzt aber alle glücklich plump 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 also ist denke ich auch eine ganz gute erfahrungsquelle wenn man so mal hasen füttern tut tut die toten töten töte tot so ganz viele kleine hasen haben wir gleich mal die population wieder hergestellt das sind schon viele hasen geht schon um mich ab ok die schafe sind halt nicht so viele da müssen wir gucken dass man das vielleicht mal wieder regeln und es wird gerade dunkel das bedeutet wir gehen direkt erstmal eine runde pennen dran an die leiter gesprungen und auf die uhr geguckt jo pädchen zeit let's do this ja es gibt noch viel zu tun also wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen was zu erledigen haben was was hier das den ganzen spaß angeht schallplatte erst mal möchte ich den hasenkram weg tun das hasenfleisch und die hasen fell dinger dann haben wir hier noch ein bisschen davon übrig das brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht so und somit tauschen wir die einfach aus und bauen hier normale steine draus so die weg gott hier sind ja noch mehr passt ok wir brauchen auch noch ein bisschen platz für das neue holz in der holzkiste keine ahnung brauchen mehr holzkisten habe ich so das gefühl auch noch eine kiste kann man nicht dran klatschen das wäre ein bisschen viel oder ist das zwei schließt ja genau ab keine ahnung wie machen wir das jetzt aber ist hier noch platz können hier noch ein bisschen pack mal das holz erstmal hier rein hat so sein plätzchen dann kann man eigentlich auch gleich nochmal die schaltplatte neu auflegen genau ich wollte mal ein bisschen ausmisten beziehungsweise zumindest raus nehmen 34 hier lassen wir mal da die tue ich mal die kakaobohnen tue ich mal mit hier rein genauso wie hier noch ein paar bäume vielleicht pflanzen wir noch den einen oder anderen wollen uns ja auch noch ein baumhaus bauen weil auch noch so eine sache die frage ist pferd mal gestell ich ja mal darüber da ist so viel platz die frage ist wo bauen wir hier ein baumhaus sind wo würde sich ein baumhaus lohnen dann sagen wir es mal so jetzt kommt sollte ja schon cooler platz sein ich weiß nicht beim npc-dorf will ich jetzt nicht unbedingt zum baumhaus hinbauen und hier oben möchte ich es eigentlich auch nicht haben da am boot das wird zu zu enge vielleicht ja genug platz wäre ja nach oben hin es würde dann aber auch noch mal ein bisschen raus stechen da müssen wir noch mal gucken hier hinten ja wir wollen ja sowieso noch so eine baumfarm aufbauen das kann man eigentlich gleich mal hinten bauen wenn wir einmal dabei sind hier die hütte diese kleine holzfällerhütte die wollten wir schon ewig mal gebaut haben was ist da ein hühnchen pack pack selber pack pack warum bist du so ein komisch auch hier nicht ich finde ich ja auch egal so pop 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 äh könnten hier eine richtige baumfarm aufbauen bauen so eine pseudo baumfarm auf ich mache es mal so hier buddelt mich mal hier so quer durch auf der höhe so genau dass wir vielleicht auf dieser ebene hier noch ein bisschen dreck platz sind aber natürlich die cd reingeschmissen und hören sie nicht mehr das war wieder mega schlau naja egal die reichwerte können sie ruhig ein bisschen erhöhen von den schaltplatten ich meine wir haben ja ordentlich zu tun wir haben nicht immer die zeit an der schaltplatte stehen zu bleiben und ja vielleicht im nächsten minecraft patch ich meine die 1.9 ist ja nicht mehr so lange hin theoretisch es wurde ja schon angekündigt und man weiß ja schon grob was drin vorkommt oder um was es sich da handelt von daher ja wir brauchen auf jeden fall mehr erde also nochmal zurück hüpft ja musik macht nämlich das leben schöner wetten wetten ihr habt auch irgendwelche musik die er gerne mehr hört auf dem weg zur schule oder im zug oder einfach so während der rechner sitzt ja hat bestimmt jeder so seine musik bettig bettig es gibt bestimmt kein werk denn ich irgendwie wenn es wenn es nur irgendwelche musik ist ich meine manche hören auch gerne so acht mit eine video spiel musik und das ist ja nämlich schwer an steam cell da läuft das auch da gibt es auch so ein spielchen wurde auch die ganze zeit diese musik hast die dann aber andere geschichte ja aber es hat jeder so seins denn musik ist finde ich ein wichtiger teil eines gesellschaftlichen lebens eines menschlich gestalteten gesellschaftlichen lebens so und das würde mich wundern wenn wenn man da klar geht es jetzt immer noch welche seid die sagen nee ich bin anders als die anderen und ich mache das nicht ja irgendwie schon auch wenn es dir vielleicht nicht so bewusst ist aber ich werde in irgendeiner form hast du auch mal so ein ohrwurm oder was der dich dann ein bisschen glücklich stimmt oder das ist das ist einfach nur menschlich kann man erzählen was man möchte wer natürlich gerne mit dieser erkenntnis ohne oder ohne diese erkenntnis leben will sagen vom mir das mal so der kann das von mir aus natürlich auch gerne machen ich will da ja niemanden zum glück zwingen aber realistisch sollte man schon sich und seine umwelt wahrnehmen sag ich mal so da muss ja hier fast geschafft aber wo realistisch wahrnehmen wir spielen videospiel ist ja lustig so nachdem ich jetzt meine wunderschöne falsche lache ja rausgekommen habe würde ich sagen pflanzen wir mal ein paar bäumchen hier so ja hier kann ein müssen ja nicht viele sein zwei reichen ja vollkommen aus so und dann müssten wir das hier noch ein bisschen erweitern haben wir da überhaupt noch genug dreck ich weiß es nicht wir haben wir wieder wieder eine ganze menge steine nach ich klicke immer daneben so viel zum thema selbstbestimmt selbst doof sein nein es fehlen drei blöcke erde wo kriegen wir die nur her und das ist die schaufel so drei blöcke erde puh wird schwierig mensch da war ja fünf sogar halt noch mehr so perfekt genau das was ich haben wollte 23 und 23 so der hatte auch erledigt gibt so eine leckere bratkartoffel die haben ja mir 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 so was ich jetzt doch gerne hätte außer mir ich an der nase zu kratzen noch ein bisschen knochenmehl werden wir noch mal losziehen und welches holen ich weiß ja wo es viel gibt von daher nicht das problem weiß gar nicht dann war doch lange nicht mehr in unserer monster falle da können wir mal vorbei jumpen doinki 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 hier auch unser anti monster lapis lazuli fällt auf dem lapis lazuli sollen ja keine monsters bauen so die theorie da müssen wir auch mal gucken dass wir das komplett drum umziehen hallo ja hier ist doch schon wieder einer entkommen wie kommen hier immer rein ich verstehe es nicht nein nein böser creeper verdammt wo kam der denn her von hier ich weiß es nicht nachher springen die uns hier wieder die monster falle kaputt ja ihr alle hier die ja ja kommt aus der ecke raus weg also wie gesagt das ganze ding ist ja so aufgebaut dass man normalerweise einmal nur zu prügeln brauchen und alles umfällt bis auf zombies die sind ja so ach so da steckt ein pfeil ich brauche keine Ahnung was das denn ja und dann fällt das dann alles hier runter und sammelt sich in der kiste und guck mal da auch knochen toll das können wir direkt mitnehmen so äh moment so pfeile haben wir eigentlich auch genug können wir dann also auch hier einlagern erstmal oder sonst braucht man hier effektiv gerade nichts die erfahrung nehmen wir noch mit ok knochenhammer zwei mal ja auch passt so damit kann man doch schon was anfangen moment moment hühnchen komm mal her komm mal her warum bist du nicht in deinem teich komm ab in deinem teich komm 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 braves wünsch so ist ja eine ente und die ente soll ja nicht am teich bleiben so die ente liebt den teich oh der schöne teich ja quack komische ente ich weiß nicht warum die da abgehauen egal naja wuff 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 äh ich meine wuff da auch noch ein bisschen das essen ist ja viel rum gehüpft da kann man das mal machen da haben wir es uns einfach auch verdient ein bisschen was zu mampfen so hier haben wir noch eine schallplatte Ja, dann können wir ja auflegen. Dün, 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 dün. So. Okay, äh, ich will jetzt hier nicht den ganzen, das ganze Knochenmeer mitnehmen. Wir könnten hier noch alles grün machen, aber... Ach du, ich finde, die Bäume sind eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wir wollen auch ein bisschen Holz, vor allem das Holz da raus haben. Von daher, äh, werden wir doch mal eine Fellaktion starten. Ne, ganz geschickt. Da, fuck. Woher kommt ihr denn alle her? Oh, die ist aber schön geflogen. Weg mit ihr. So, wir nehmen jetzt einfach wieder den Bogen hier. Wir machen die damit platt. Headshot. Wo ist der andere hin? Da. Verdammt. Sniper. Wooo. Oh, den Pfeil nehmen wir natürlich wieder mit. Blöden Kack-Creeper hier. Da tauchen hier erstmal drei Creeper auf, ey. Die haben, die haben doch nicht mehr alle. Die sind doch bekloppt. Blöden Kack-Creeper. So. Gucken wir mal gleich, warte mal, bevor wir hier anfangen Holz zu fällen, gucken wir mal, was hier auf der Seite los ist. Warum das nicht geht. Ist ja echt, weil da nicht genug Platz ist? Hm. So, dann bauen wir es hier mal so ein bisschen ab. So. Müsste doch jetzt passen vom Platz, oder? Ha, geht doch. Alles klar. Da haben wir jetzt hier noch ein paar Dschungelbäumchen stehen. Sehr gut. Jetzt können wir damit arbeiten. Was mir... Ach, jetzt weiß ich auch warum hier Creeper spawnen, weil hier überhaupt nicht zwischen beleuchtet ist, ne? So. 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 Zumindest ein bisschen beleuchtet. Ah, ist jetzt nicht das Hübscheste. Das müsste ja eigentlich... Das sind ja immer drei breit. Eigentlich müsste es ja so verlaufen. So. Und so. Genau. Okay. Ist ja auch egal. Wir wollen jetzt endlich hier mal ein bisschen Holz fällen. Sind die... Ach, hier gehen die auch schon so geil ineinander über. Das ist eigentlich... Und wir bauen hier so die... So Baumhaus mit so einer Hängebrücke dazwischen. Ist ja auch ziemlich geil. Na, müssen wir mal gucken. Jetzt fällen wir aber hier erstmal ein bisschen. So. Das machen wir auf eine ganz spezielle Art und Weise. Nicht immer so im Eck. Da bleibt nämlich mal ein Block übrig, auf dem wir A stehen können. Und B können wir uns dann nämlich auch gleich hier hocharbeiten. So. Nämlich auch eine ganz interessante Technik, um solche Dschungelbäume zu fällen. Ich weiß nicht, ob schon jemand anders auf diese Idee gekommen ist. Falls ich der Erste bin, der auf diese Idee kommt, was ich nicht glaube. Dann dürfte diese Taktik zum Dschungelbäume fällen natürlich gerne übernehmen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Weil ich wette, dass ich bin sowieso nicht der Erste. Also von daher ist es eh egal. Aber falls ihr das noch nicht auf die Idee gekommen seid, oder von jemand anders, dass Sie diese Idee hattet, die Bäume so zu fällen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt könnt ihr loslegen. Und richtige Baumfäller werden. Dschungelbaumfäller. So. Einfach im Eck. Und. Komm. So. Da kommen wir auch noch ran. Wir sind schon ganz schön hoch, he? Aber immer noch nicht an der Spitze. Da können wir hier schon mal ein bisschen gucken. Hallo. Hallo Kuhpool. Hallo Welt. Alle, die sie bewohnen. Oh, jetzt sind wir oben. Alles klar. So, da wir jetzt oben angekommen sind, können wir uns quasi runterarbeiten. Und das geht gar nicht mal so, äh, ist gar nicht mal so schwer. Wir müssen eigentlich hier nur in der Mitte stehen. Und dann immer die ganze Zeit so im Kreis. Dann kriegt man schon alles ab. So, hier nehmen wir noch ein bisschen was mit. So, das ist ja noch Teil des Baums. Na ja, gut. Einfach hier. Bup. Und dann bleibt man ja immer in dem mittleren Teil stehen. Und läuft auch keine Gefahr, irgendwie weit zu weit runterzufallen oder irgendwas zu verpassen. Auf dem Weg runter. So, das Einzige ist, man muss immer mit der Maus nachsetzen. Oh nein, ist schon schwierig. So, dann sind wir schon unten. Und hier gibt es schon die ersten Setzlinge. Eis. Vierer wollen wir ja raus haben. Also, ein bisschen was fehlt da noch. Das muss halt noch alles, also ich erst mal verduddeln, verduddeln, verduddeln. Nein, das liegt da oben, was? Ach, nö. Da kann man, glaube ich, ran, oder? Ist ja schon die Jahren, wo man weit genug hochkommt. Ja, an den können wir. Mist. Mist, das reicht nicht. Ich bin zu klein. Okay, dann brauchen wir einen anderen Plan. Oh nö, was dann da passiert. Wie konnte das denn passieren? Oh nö, tschack. So. Ich will nämlich an diesen Setzling da rankommen. Ich merke gerade, die Folge hat fast ihre 25 Minuten erreicht. Ja, wir gehen jetzt, ups, wieder auf die 25 Minuten, weil wir nicht mehr im Dschungel sind. Auch wenn das hier noch sehr dschunglig aussieht, was wir hier gerade machen. Äh, komm ich da rüber? Nein, au. Mist. Ja, dann bleibst du halt da oben liegen, mir doch egal. So, wir haben unsere vier Setzlinge zusammen, die wir brauchten. Perfekt. So, das kann erstmal vor sich hin wachsen. Ich überlege noch, wie ich dann da hochkomme. Aber das machen wir dann alles erst in der nächsten Folge. Ja, haben wir heute wieder ein bisschen was geschafft. Haben ein bisschen umgeguckt. Haben hier ein bisschen Tropenholz gesammelt. Also da kriegt man viel recht schnell davon zusammen. Wir werden mal gucken, wie wir das hier mit den, äh, Brücken machen. In welcher Holzfarbe. Ob wir das normale Eichenholz nehmen oder Fichtenholz oder was auch immer. Vielleicht eine Kombination. Wir werden es sehen. So lange kann das hier noch ein bisschen vor sich hin dingsen und machen. Und hast du nicht gesehen. Ja, äh, ich rede, als ob ich die Folge beenden will, ne? Wir haben ja noch eine Minute. Locker. Okay. Never mind. Ich habe keine Ahnung. Das stelle ich jetzt gerade so fest. Ich so, moll, was machst du denn da überhaupt? Irgendwie chillt, das ist die Folge im Moment. Plopp. Ist das ein kleiner, großer Baum? Oh. Na komm, die fällen wir mal. Oh, der ist aber süß. Lass dir mal fällen. Das ist sowieso eine Reihnachter-Worte. Oh, eine Spinne. Mach sie kaputt. Warte, 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 warte. Sie putzt sich. Oh, wie süß. Oh, sie ist fertig mit Putzen. Jetzt kill sie. Äh, der fuck? So. Ich habe das Gefühl, wir werden hier gleich ein Problem haben, oder? Na, habe ich doch richtig abgebaut. So. Genau, dann sind wir oben. Alles cool. Er ist ja nur ein kleiner Baum. Dann haben wir den sogar noch innerhalb dieser Folge geschafft. Das ist der Wahnsinn. Ein kleiner, großer Dschungelbaum. Huch. Ja, da war der Fehler. Ich stand nicht in der Mitte. So. Blub, 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 blub. Jumie Baum Setzling. So, das kann jetzt erst mal vor sich hin wieder daddeln. Haben wir eben auch untergebaut? Echt? Hallo? Das ist eine Höhle? Buff. Ist ja interessant. Okay. Ja gut, das Bäumchen, das kann jetzt erst mal hier vor sich hin daddeln. Wir sammeln hier noch ein bisschen die Setzlinge ein. Und dann ist die Folge vorbei. Jetzt aber wirklich. Ja. So, wir können ja schon mal die ersten Setzlinge hinsetzen. Setzlinge setzen. Quasi. Der eine ist da immer noch um. Wie wir an den rankommen sollen, das ist mir immer noch ein kleines Rätsel. Vielleicht können wir ja jetzt... Warte mal, vielleicht können wir jetzt hier hoch. Das probieren wir noch schnell. Solange die Boltenblätter noch nicht weg sind. Oh, das sind sogar mehrere. Oh. 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 So. Haben wir nämlich schon Setzling Plus gemacht. Geil. Oh, da ist noch einer. Hui. So. Okay. Dann haben wir auch die Setzlinge zusammen. Aber jetzt ist die Folge tatsächlich vorbei. Na, alle guten Dinge sind drei. Mehr Versuche habe ich auch nicht gebraucht. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Minecraft, dann gucken wir hier, dass wir ein bisschen mehr von den Kram zusammensuchen. Irgendwas Geiles mit Baumhose technisch hier anfangen. Werden Sie sehen beim nächsten Mal. Bis dahin. Werden Sie mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei. Haut's rein und... Hui. Da sind die Bäume. Ciao, ciao.